Die Klasse 9c der Mädchen-Realschule Rosenheim nimmt an einem Austausch mit China teil. Aber alle Schüler sitzen im Klassenzimmer, zu Hause. Was geht denn hier vor sich? Ihr habt vielleicht schon gemerkt, gestern habe ich euch noch einen Link geschickt. Unsere chinesische Partnerschule hat ihren ersten Film geschickt. Cool, oder? Und den wollen wir uns jetzt natürlich anschauen. Macht eure Handys fertig, nehmt sie raus, macht sie an. Handys im Unterricht? Was für ein Film? Und wo sind die Austauschschüler? Das ist das Projekt Virtual Student Exchange. Es findet also ein Austausch statt. Nur eben virtuell. Die Schülerinnen der Mädchen-Realschule schicken 5 Videos nach China und bekommen im Gegenzug 5 zurück. Die Schüler arbeiten mit einer 360-Grad-Kamera, so hat die Austauschklasse wirklich das Gefühl, vor Ort zu sein. Die Partner können natürlich auch Wünsche äußern, was auf den Videos zu sehen sein soll. Die Wünsche aus China waren tatsächlich sehr stark bezogen auf den Schulablauf, auf den Schulalltag, die Prüfungssituationen, um wahrscheinlich auch ein bisschen vergleichen zu können, wie schaut es bei uns aus, wie schaut es in Deutschland aus und umgekehrt. Dann natürlich auch besonders interessant für die Chinesen unsere Traditionen, vor allem die bayerischen. Der ganze Austausch findet für die 9c im Zuge des Geografie-Unterrichts statt. In dieser Zeit werden dann auch die Videos für die chinesischen Austauschpartner gedreht. Wenn diese dann fertig geschnitten sind, werden sie per YouTube für die Chinesen zugänglich gemacht oder eben umgekehrt. Und dann kommen die VR-Brillen zum Einsatz. In die wird ganz einfach das Handy eingesetzt, das Video gestartet und los geht's. Aber auch am PC kann das Video per Mausklick bewegt werden. Da fühlt man sich schon fast, als wäre man dort. Die Vorteile von so einem virtuellen Austausch ist, dass man halt einfach diesen ersten Schritt des Kennenlernens schon vorwegnehmen kann und auch Ängste wegnimmt. Dadurch, dass man dann einfach die Umgebung, die Schüler und sowas schon vorher kennenlernt, glaube ich, ist der Schritt in den Flieger zu steigen und dann tatsächlich hinzufliegen leichter. Und da kann ich nur sagen, 100% positiv und ich hoffe, es wird weitergeführt. Ersetzen kann und soll die Technik einen richtigen Austausch nicht. Kein Video kann das gesamte Erlebnis eines Schüleraustausches so schön vermitteln. Allerdings kann das Projekt Virtual Student Exchange den Austausch zwischen den Kulturen virtuell bereichern. Tschüss! Gut an Baaah!